dann würde ich sagen mache ich mich ready for the nether okay haben sie auf jeden fall ausreichend essen mit wasser bringt dir nichts ich hoffe das weißt du ja du kannst da kein wasser setzen das weiß ich aber du kannst was anderes setzen und war kartoffeln warte ich weiß doch gar nicht ob ich eigentlich den wagen schon angefangen habe oder nicht ich habe keine ahnung was ist da los kein plan egal dann fange ich einfach jetzt an welcome back guys hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft adventure ich bin noch beim feldbau und die andere begrüßung alter was 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 diese andere lame begrüßung ja als maul alter ziemlich besser als seine front ist direkt am start gut leute ja der kritische macht sich gerade ready for nether ausflug der will ein paar blazes jagen und ja keine ahnung was dabei rauskommt leute fragt mich nicht ich glaube jetzt auch kein wirkliches gesprächsfeld für diesen part weil alles klar alles fucking klar unehrenhaftes todes alter dafür wird direkt erstmal schönen schnitt gesetzt auf jeden fall ja meine fresse da unehrenhaftes todes einfach einfach durch ich werde soweit wie bei dir aus ja ich habe also nicht prinzipiell ich bin halt absolut nicht für nether vorbereitet so aber bin ich nie von daher hast du strength bei dir ja jede menge guck in die kisten ja guck in die kisten junge ich gehe nicht in meinen keller um die meines zu geben ich sag doch ich habe alles alles was du brauchst habe ich außer diamanten davon habe ich nur sechs aber das muss auch reichen ich habe einen stack lol ja ich weiß ok dann ist das so einfach mal auf ehrenbasis sollte ich mir auf jeden fall mal ein bisschen fleisch gönnen gerade so ja gut leute actually dürfte der grobe feldaufbau jetzt damit eigentlich fertig sein also ich zeige euch mal ganz kurz wie es innen drin aussieht ähm so da habe ich bisher noch nicht wirklich viel gemacht da liegt jetzt halt nur so ein bisschen redstone gegammelt auf dem boden rum ähm da müssen wir mal schauen dass wir auch die ganzen mobs hier raus bekommen hier sind dauernd nämlich zombies und so eine scheiße am start aber prinzipiell muss das hier nach vorne gezogen werden dass der schalter da aua spinne am besten hätte ich den schalter ich gerne in meinem haus das feld geht eh bis so weit von meinem haus vor das wäre ich ziemlich nice wenn das gehen würde muss ich mal schauen ob wir das irgendwie hinkriegen Was ist denn hier? Hä? Was? Junge was machst du hier? Was ist denn das denn 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 hier? Ist geil ja lass die scheiße einfach Die scheiß repeater waren teuer ernsthaft so für das dann habe ich nicht lass den scheiß Pfff Alter Digga was ist das hier? Ja ein automatisches Feld Das ist geil oder? Was ist denn hier für ein matrix scheiß Ja das ist geil oder? Vor allem wenn wir das erstmal vollgepflanzt haben bruder dann haben wir richtig ausgesorgt dann ist es vorbei Dann haben wir Ja komm Attache würde ich sagen Ja du gut dass wir auf jeden Fall full dia bist Ey pfff ich hab keine einzige Sache aus dia außer ne fucking hoe Ja scheiß mach Digga ich carry da Wegen wem das wohl sein könnte Oh mein Gott ich hab da sowas richtig wichtiges vergessen Was denn? Da sind wir glaube ich tatsächlich sogar tot Was denn? So wenig Holz? Hast du Holz in der Tat? Ich hab gar kein Holz Ich hab kein Holz Ich hab kein Holz gesucht Du hast doch gesagt du gehst Holzfarm Ja Junge was los? Deine Worte letzte Part waren ich geh Holzfarmen Ähm Ja ich will jetzt nicht wieder nach Hause rennen Ja dann schnapp die ne Axt und ne? Ja ich weiß Aber nimm nicht meinen Vorgarten ausländer Das hätt ich echt machen müssen Das wäre unehrenhaftes Todes gewesen und ich hätte danach einfach wirklich dein Haus gesprengt Ich hab genug Schießprobe mit TNT zu basteln Junge Vorher hätte ich dich vom Server gemacht Geil ist einfach Gut Projekt beendet Leute Geschichte gesagt Ja Lassen wir werden dann Abo Genau Wir sehen uns nicht mehr wieder Richtig Oh man Alter Was denn was Mal dann angerufen wenn ich aufnehme Och man Ähm Keine Ahnung Ne All deine Bekannten dich einfach hassen Ja scheinbar Ja Jetzt meine beste Freundin kann warten Uff Ähm Was wollte ich denn jetzt machen? Ähm Weiß ich nicht Aber ich hab sogar noch 6 Jungs im Winter Och man Ach ja natürlich Ja Kann mal passieren So ich bereite kurz mein Inventar ein bisschen vor Weil ich muss ja nicht den ganzen Baskelkram mitnehmen Ähm So Ähm Warte mal Was mir einfällt Ich hab einfach 0 Federn Wow Ich hab meinen Nihilchen getötet offensichtlich Das ist stark Das war's komplett gewesen Ja was tust du denn gerade Ähm Den wird zum Repeater sollte ich hier lassen Den brauchen wir auf jeden Fall noch Leute Der ist wichtig Ah hi So Moermeister Hier Nehmen wir das da Ich will kein Schild Digga Ich kann damit nichts anfangen Es wird mir den Doch Mach doch mal Mach doch mal so Das rettet hier im Netz Den Arsch So Nein Mit der rechten Maustaste So Weil somit kann ich keine Angre... Ja Dann muss ich das die ganze Zeit gedrückt haben Dann kann ich währenddessen auch nichts machen Das ist komplett useless Ich weiß Aber wenn du low bist Bring das was low Attache jetzt Vergiss es alter Ich brauch kein Shit Los Komm auf Ja warte ich muss mich erstmal fertig ausrüsten Mein fucking Inventar ist komplett durch Ich war gerade am bauen Was tust du? Was zum Fick tust du? Bin tot Ja ne bist du nicht So Ja Ja Ne Soll ich mir ein Dearschwert machen? Ach komm Fuck it Ähm Mach doch Mach doch Mich doch nicht Ich weiß Das ist aber doch nicht mein Problem Dass dich das nicht hüpft So oder wenn dem Dearschwert mit Das heißt ich werde auf jeden Fall im Liter sterben Ähm Ja Ja 1957 91 Was? Das ist die Palinaden vom Portal Ah ja Du gehst also davon aus dass wir uns hier laufen ja? Ja Tatsache Ja Cool So Wirst du vielleicht meinen Arsch hierher bewegen? Ich bin schon unterwegs Hast du die Silk Touch Spitzhacke dabei? Ne Gott What the actual Okay Okay Attache Ähm ja Kann man machen Wir müssen jetzt erstmal Dings finden Kommt alter Das ist so insane wie ich jetzt für einen Joker ne? Ja und der Vorteil ist das ist Warte mal Ich habe gerade echt überlegt ob ich überhaupt aufnehme alter Hahahaha Du bist so lost Oh god dammit no Okay aber ich nehme auf ne? Ja Tatsächlich habe ich die Silk Touch Spitzhacke dabei Das ist cool dann grabbel doch mal ein bisschen Glowstone ab Warum? Später Ja weil Glowstone geil ist Übrig solltest du auch für die Silk Touch Spitzhacke dauer und für jeden Scheiß benutzen Weil irgendwann ist die halt tot ne? Die hat Reparatur Ja und? Irgendwann ist die trotzdem tot Nein Natürlich Die behält doch dann nicht unendlich Doch die halt unendlich sobald ich wieder EP bekomme repariert die sich Echt? Ernsthaft? Ach als ob Das hab ich dir schon mal erzählt du Trottel Ja als ob ich dir zuhören würde wenn du redest Was denkst du eigentlich? Verwillig kennst du dich denn? Oh man alter Kommst du jetzt doch mal bald? Ja ich bin doch auf dem Weg Wo bist du denn dann gelaufen? Da hoch oder was? Das liegt doch meinen Namen Nein sehe ich nicht Da bist du doch Hör auf Du bist so dumm alter Wir haben nicht so viele Pfeile und du verschießt die ernsthaft Ja stimmt Scheiß drauf ich ziehe ihn dir kurz aus dem Arsch Ja Der steckt wahrscheinlich eher in meiner Schulter alter Warte mal ich ziehe dir kurz den Stock aus dem Arsch Ja genau Wird jetzt Julian sagen Ja hier sind einfach keine Blazes was los hier alter Ja wir müssen erstmal ne Festung Sind die nur in Festungen oder was? Ja Echt? Du hast ne scheiße Wie bist du da runter gekommen? Ein Witz gell? Den du nicht hast ehre genommen Ja ich hab was anderes Jolo Kleinen Schwanz ja For matter of fact wenn ich jetzt abschließt bin ich tot Ey warum? Weil ich gerade nicht äh volle Leben habe und nicht am heilen bin Weil ich gerade nichts gegessen habe Und ich bin gerade von da oben wo die Lava runter fließt bin ich gerade runter gesprungen Weil ich zu voll war mich da runter zu bauen Und ich hab dich jetzt damit gekillt ne ich jetzt anders gefeiert Ja ich Ich hätte dich einfach zu dumm genietet beim nächsten Mal Wo bist du dann gegangen hä? Ich baue mich ja an der Seite lang Ey Junge Du bist schlimmer als der Hund Ja Bruder wo bist du denn? Hier ich hab mich Ich bin hier hoch gegangen Wo hier? Hier an der Richtung Oh Junge Wo bist du? Wo bist du? Da Was machst du denn? Ja auf geht's Pfff Na anders behindert Weg markieren Ja Genau Weißt du wie man Wege markiert? So Äh ja Ja Neterstein liegt im Neter halt überall rum Scheiße Ja ok jetzt sollte ich heilen Ansonsten bin ich nämlich tot Du sollst noch Wasser Ha Ja Belastet Alter ich glaube meine Schuhe fallen bald auseinander Oh ja shit meine Rüstung fällt komplett auseinander Ach Junge weiß und so geht der in den Neter Ja Junge du wolltest in den Neter gehen Alter ich war am Feld bauen Da brauche ich nicht keine Rüstung Kann ich sagen meine fucking Er ist insane ne Was ist denn? Hä hier ist keine fucking Festung Mann was ist das? Ja das ist ja das Problem Mann Mann Ich treffe vielleicht einfach irgend von diesen Zombie Pigments Spassies an Ich laufe jetzt an meine weiter Achso du bist auch hier ok perfekt Hä wie kann es sein dass in diesem scheiß Neter einfach keine Festung ist Mann Ja ist immer so immer wenn du eine brauchst keine da Ist immer so Ja es ist halt wirklich nirgends was So nicht mal am Horizont zu sehen Ja Ich habe ein Ren & Destes komplett oben Im Monkreis Ja ich auch Das ist nichts Gar nichts Nirgends Ja same Geil Ganz davon abgesehen dass es mir nichts bringt weil die Server Render Distance sowieso auf 10 begrenzt ist Äh warte mal da links Ja ich bin auch mitgefragt Ja 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 Da ist was Entspannt Na Ne Natürlich Hey wo Hier bei mir Hier bei mir Wo bist du denn? Ja wo bist du? Ich bin da wo ich gesagt habe links Hier bei dem Garst Direkt gelaufen Ja 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 Du kommst du voraus? Oh leih Bist du blind? Das ist jetzt nur die Frage wie wir da runter kommen Ich frage mal wie wir da runter Hä was? Ach so stimmt wir müssen gleich noch ein bisschen zur Oberbauen Ja Hast du genug Erde dabei? Weil ich habe nicht so viel dabei Je nach welches soll Sag Also ich habe Ernsthaft jetzt Ja Ganz einfaches System Äh ja Ich komme gleich Nein kommst du nicht das ist eine Lüge Anders belastend alter ich muss ganz kurz einen Cut setzen meine Mutter braucht meine Hilfe Für ihren Stuhl scheiß Dreck Alter Lass uns Wo bist du gerade? Ich bin hier weiterer Laufen Ah ja ok Äh Ich sehe dich theoretisch Ich brauche mich ganz kurz oder ich komme ganz kurz zu dir rüber und dann bin ich mal kurz AFK Ja wie lange bist du gleich ca? Keine Ahnung hoffentlich nur 5 Minuten oder so Ja Ja das ist gut Ne dann gehe ich noch kurz in den OC rein ich muss ein bisschen üben Ja ok ähm Dann gehe ich einfach kurz raus Geh einfach kurz Ja bis gleich Bis gleich Entschuldigung Alright dann bin ich auch schon wieder am Start Aber René ist nicht mehr da Ja moin Gut Leute dann äh Sammle ich jetzt erst mal ein bisschen Redstone Äh Redstone ja genau Ein bisschen Glowstone ein ne Das wird jetzt ein richtig chaotischer und äh random Part das tut mir leid aber Ja Wenn man halt so spontan in die Nähe gescheucht wird ne Leute dann ist es halt so Das Feld bauen wir trotzdem noch fertig auf jeden Fall Ganz klarer Sicherheitsfall und wie auch immer also ne Das steht fest sozusagen Ähm Bei dem Feld habe ich noch ein paar Probleme mit dem Glowstone irgendwie äh mit dem Glowstone genau Mit dem Redstone und wie ich das legen möchte Ich hatte jetzt überlegt das Feld geht eh bis relativ nah an mein Haus Theoretisch wäre es ziemlich cool wenn ich einfach einen Schalter in meinem Haus vielleicht im Keller oder so hätte Oder von mir aus auch im Wohnzimmer oben Den ich einfach ziehen kann und dann äh Oh das ist jetzt nicht so gut Ähm und dann wird im Keller automatisch vielleicht der Scheiß angeliefert Wisst ihr? Sodass das Wasser das vielleicht irgendwie dann bis zu nem Trichter oder sowas trägt und dass da eine Truhe reinballert im Keller Wär halt ziemlich geil Also das würde ich schon relativ feiern wenn das funktionieren würde Es wird aber wahrscheinlich noch einiges an ähm Ja Zeit beanspruchen das zu bauen Also werden wir mal schauen wie wir das dann umsetzen werden Aber ich hab da auf jeden Fall noch so ein bisschen was vor Also ein automatisches Feld zu haben ist denke ich einfach schon mal ziemlich geil So ne dann Braucht man da sich keine Sorgen mehr mit Essen machen Ich weiß immer nicht wo ich die ganzen 10.000 Steaks her habe ehrlich gesagt Leute Die waren plötzlich einfach da keine Ahnung whatever Ist auch egal Hauptsache wir haben sie So Und den Glowstone hier kann man halt auch mal gebrauchen Ne ihr wisst ihr in meiner Brude ist eigentlich alles Glowstone von daher Ähm nehmen wir auch den einfach mal mit Wenn natürlich mit der Silk Touch besser Aber da René jetzt irgendwie noch tot ist oder so Keine Ahnung was der gerade anstellt Ich mein ich hab mir immer gesagt ich bin nur so 5 Minuten weg Und ich war glaube ich nicht mal 5 Minuten weg Von daher well Aber hey Was soll es So wir können es auch gleich eigentlich hier rein buddeln einfach mal Und äh schon mal ein bisschen in der Festung da abchecken So rein theoretisch können wir das machen Also Schauen wir gleich mal Jetzt würde ich ganz gerne erstmal ein bisschen vom Rand weg gehen Und dann mal Das hier machen Ups So Dann Nimmt das ein bisschen weniger Platz im Inventar weg Hey das hat ja mal perfekt gepasst Geil Das finde ich ja super So warum machen wir es eigentlich mit Erde Erde ist wertvoll Erde kann man auch in der normalen Welt gebrauchen Wir haben 10 Milliarden Neter Quarz Die kann man in der normalen Welt nicht gebrauchen Warum nehme ich nicht die Und warum ist hier eine riesen Mücke bei mir im Zimmer So Goddammit Einmal Taschentuch Und das Ding vom Tisch gewischt So die Sache ist vom Tisch im wahrsten Sinne des Wortes Weiter im Text So Wie gesagt Leute Erde Geile Sache Gerade beim Feldbau kann man sowas schon mal immer gebrauchen würde ich sagen Deswegen Ja Nehmen wir das einfach mal mit Kann ja nicht schaden So ich schreib gleich nochmal René Dass der mal seinen dicken Arsch wieder hier rüber bewegt Weil äh Ja ne Ansonsten nehme ich das Projekt einfach alleine weiter auf Mir auch egal Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache glaube ich Von daher ähm ja Naja Keine Ahnung was der davor hat Wir machen gerade den 64er Stack Erde noch voll Leute So Okay Dann ähm Ja bis gleich wenn René wieder da ist Moin 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 Ich habe einfach gerade schon so eine halbe Stunde Gedacht du könntest mich hören Aber du kannst mich nicht hören Weil äh Der Spracht hat einfach gecancelt wurde von Discord Richtig ehrenlos Ne ich bin da rausgegangen Achso ja gut okay Egal Auf jeden Fall habe ich mich einfach an mein Mikro gesetzt und gedacht so Ja ich rede mal weiter Der wird mich schon irgendwann hören wenn der wieder kommt Aber nein Klass Auch egal Ich habe mir in der Zwischenzeit kurz ne Glowstone hier abgebaut Und äh ja Jetzt können wir theoretisch hier in diese komische Festung rein Oh nass Lol Hauptsache erstmal Damage bekommen Oh fuck Wahrscheinlich weil ich einfach deinen Arsch weggebaut habe Okay Ähm Nimmst du schon auf? Äh jaja Ich habe die Aufnahme einfach gar nicht gestoppt Ich habe einfach durch aufgenommen Haben wir looted hier? Was ne ne Lol Dia chestplate Äh Dia äh Dings Sag doch Golden chestplate Ja bringt mir halt scheiß weil ich Eisen habe und Eisen ist halt besser Ja gut dann hoffen wir mal dass wir jetzt hier nur so scheiß Plays finden Ne Was? Zwei Diaz Nice Hier geht es nach unten Nochmal zwei Diaz Nice warum gibt es hier so viele Diaz Okay hier ist einfach ein Balkon Digger was ist das für ne Lol Elf Obby Was für ein Ding? Obsidian Zwölf Stück Achso jawoll Ja ist doch geil Digger was ist das für ne kranke Festung Ja immerhin jetzt wo wir endlich eine gefunden haben darf ja immer ein bisschen geil sein hallo Oh mein fucking Gott was sind das für Skelette Wuh Äh Äh Ich hab grad ein kleines Problem So ein Wözerer Stilett eigentlich raffen Ja die hab mich vergiftet Keine Ahnung Und die hab mich eingekesselt Ach du scheiße Fick mich alter ich hab dir viel Leben weg Oh mein Gott Alter ich krieg dir auch Schaden Fuck Was mach ich gegen die ich krieg durchgehend Schaden Sterbe ich dann oder was? Nein Ok ich hab noch dreinhalb Herzen Oh mein Gott alter Bau dich an Ja warte die haben aufgehört mich zu verfolgen Die haben aufgehört mich zu verfolgen Ich weiß auch nicht wo ich bin Keine Ahnung alter Ups alles komplett Da ich seh deinen Nametag Ich seh deinen Nametag Komme ich dir entgegen? Ja 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 kommst du Oh ich mich erschrocken alter Jetzt haben die mich halt auch Ja Ok ich hab eins umgelegt Jetzt haben die mich schon wieder erwischt alter Fucking hell Dafür gibt es das Das äh Dings Junge mit nem Schild wär ich schon längst wär ich jetzt schon tot Oh ne der Warzen Oh ne der Warzen Die bringen halt original nichts also scheiß drauf Ok das ist belastend hier Wow Hast du schon ne Blaze gefunden? Ne Wir brauchen halt Blaze Spawner Ja das können wir glaube ich knicken hier irgendwie Ich hab das Gefühl wir waren schon überall Hm Wo bist du nur lang gegangen? Na egal ich bin nur woanders Äh hier Ähm wo auch immer hier ist Ich hör auf jeden Fall Blazes Warte mal Du hörst Blazes? Ok dann bist du wo ganz anders als ich weil ich hör keiner Hm Oh ich bin wieder raus aus der Festung Ok Das war es komplett Hast du gefunden? Ne Warte mal wir haben uns doch bei diesem Turm da Das ist doch so ein Turm Da müsst ihr auch noch unten gehen oder? Da wo wir uns reingebaut haben Oder? Ja Dann können wir vielleicht da mal gucken Ob es da noch oben oder irgendwo weiter geht Eigentlich sind die immer oben Ok Ja ich hör halt nur ein Gas Und sonst ist hier einfach nichts Äh ich hab eine Blaze Ach doch hier ist eine Blaze Hier ist eine Blaze Ähh Warte mal Ja komm die fliegt da mitten der Luft halt rum Ah Wooh Von hinten Wo Hier muss irgendwo ein Spawner sein Ja ok Oh mein Gott holy shit Die hat halt einfach mal wieder original nichts gedroppt die blöde Schlampe Hier ist noch eine Blaze Uff 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 Irgendwo ist noch eine Blaze Wo sind die? Ich hör die doch Warte vorne Was ist das denn? Im Kessel? Oh wow ernsthaft Das war es komplett gelesen Ja damit Hä? Komm mal her Ist hier zu kriegen Ups Das war es nicht so gut Oh Jungs Ok ich brenne ich hab ein Problem Ja Äh Jungs Ähm ich hab glaube ich eine Flamen Dingsbums Oder? Ja ich hab ne Blazerot Ja äh Wuh Äh Ganz doof bei mir gerade Ganz doof bei mir 200 Perzen Äh das ist nicht gut Oh mein Gott alter dieser scheiß Gasso ich treff den nicht Digga Ich bin mal down Wo bist denn du gerade? Ich bin runter gefallen hier warte ich komm wieder Ah ja ich auch Haha Moin Aber ich glaube ich bin anders runter gefallen als du Ah da Ich hab auch eine Blazerot Ja perfekt ich hab auch eine Ok Aber Es waren halt immer nur zwei Ich will ja mal wir brauchen bei weitem mehr wahrscheinlich ne Ja zwölf Ha Ja wow Ja Moment Zwölf brauchen wir für das Portal Ja jetzt noch nicht Wir brauchen noch auf dem Weg dahin welche Ja die gehen aber ja nicht kaputt Also doch Achso man kann die Ender auch wieder einsammeln Ja die gehen aber irgendwann kaputt Also mit Pash Mit Pash ab und gehen die gleich kaputt Ähm Was hast du gerade alles im Equip? Zu viel um zu sterben Ich hab ein Dearschwert dabei Warum? Weil ich jetzt eigentlich nicht nach Hause laufen möchte Äh doch Weil ich bring mich jetzt sicherlich nicht um Vergiss das Junge Digga ich hab 57 Closed on Auf gar keinen Fall bring ich mich um Ich lauf eher nach Hause Hä aber warum willst du überhaupt schon wieder gehen so? Wir haben doch erst zwei Blazerot Reicht aber Haha Komm Digga scheiß drauf Ich sterb schon dran Ey Da haste Blaze Da haste Blaze Zwei sogar zwei Ähm Hör aus die Snacken Wenn ich jetzt Schaden bekomme Wird ich selber schon nicht tot So einen hab ich Ähm Der andere hat mich Hab sie Okay Hast du was gedroppt? Ja Weil die eine natürlich wieder nicht Okay nice Aber warum sind die jetzt gerade hier gespawnt? Ist da irgendwo gespawnt? Ich weiß auch nicht Ich versteh's auch nicht Weil die standen hier so auf der Treppenstufe drauf Irgendwie wirkt das seltsam Ich geh da mal rein Ne hier ist einfach nichts oder? Doch! Hä ne hier ist ein Lavabecken Warum ist der einfach ein Lavabecken? Deswegen Deswegen Ja warte mal da geht's nach unten Da waren Blazes bei mir Okay Ich hab einen Spawner Perfekt Ähm Was ist? Äh ist so nur einer Ja Legt sie doch einfach rum Geh doch da weg Geh doch da weg Ach da ist der Spawner Oh okay Machen anders viel Damage Ja okay ähm Ja dir ja nicht Du hast ne Tierrüstung Ich bin der der hier mit Eisenrüstung rumkrebst Alter Was machst du? Warum baust du da fucking Closedowns hin? Ah ich seh nichts mehr Möchtest du vielleicht nicht in meine Ich seh dich halt schon so tot ne? Hä wieso ich hab die beide auch umgenietet Wo ist das Problem? Das ist doch überhaupt kein Problem Ich weiß nicht wie du das du anstellst Das ist halt echt nicht soo wild Ja mach doch keinen Fackelin du Trottel Das spawnert keiner mehr Achso ich dachte das gilt für ne das Spawner nicht Doch doch Achso ja gut okay Ja aber dann dürfen die auch Doch während wann dein Leben steht das ist egal ne? Ja Na okay Joa äh Lässt dich aber Zeit du Ist das vielleicht die Closedowns da zu nah dran? Ne ne Joa Also ich hab 4 Blaze Rod Ich hab 2 Okay Okay Ah ja Loll Ja auf einmal ist er out of nowhere Joa tisch Digger Ich hab glaube ich noch eine Ja Ne Meine hat keine gebrobt Warum? Was hast du da gebaut? Ja dass die nicht abhauen können die Säcke Ja die hauen eh nicht ab Wir haben die locker getötet bevor die irgendwie abhauen können Wieder keine? Oder hast du eine bekommen? Ne Ne Oh mein Helm ist kaputt nice Meine Leggings sind auch bald kaputt Stark Hatte ich gedroppt? Ne Scheissker Die droppen überhaupt sau wenig die Viecher ne? Ja Ist schon belastend Ja meine Iron Leggings sind echt gleich richtig am Achso Start Loll That was it completely Die hat eine gedroppt Aha was? Die hat eine gedroppt Stimmt Junge Ich hab hier schon nicht so viel Leben Du brauchst mich nicht schlagen Ja Genau das hab ich nicht geschlagen Ja Wow Ich hab dich ja außerdem geschlagen Ich weiß Ich hab 3 Braes Braes Braeslots Alles klar Braeslots? Ich hab 6 Ja komm wir holen noch ein paar Ja Dann können wir auch Potions machen Dann können wir Sterratränke machen Ja gut Dann brauchen wir Glowstone Neterwarzen Echt man braucht ein Glowstone für Ja Ne Glowstone brauchen wir für Healing Ja lass mal Tennis Äh Scheiss auf Digga Ping Pong mit dem Queen Ja doch wie funktioniert Hm Warte mal Du hast doch nur Silk Touch Spitzsacke Mhm Wir könnten das scheiß Ding einfach mitnehmen Äh ich meine Ich glaub nicht dass es in der Overworld funktioniert Achso in der Overworld funktioniert Außerdem will ich eigentlich keine Warum spawnen die eigentlich genau immer in deiner Der Mark Es war so klar gewesen was das passiert alter Das war es jetzt wirklich komplett Ja sammeln wir mal meinen Scheiß ein alter Oder warte porten mich mal zu dir Ähm Oder so Ich hab das eigentlich jetzt andersrum gemacht Nein Digga dann bleibt mein Scheiß da noch liegen Nein ich kann die doch einsammeln Hä Ja gut aber ist doch egal lass mich da einfach selber einsammeln Ach Junge ey Scheiß Ding alter Kannst du mich mal porten alter was los Äh chill Ich bin bereit kurzzeitig noch zu kämpfen Bei dir war ja alles kaputt Ja keine Ahnung die sind direkt in mir gespawnt Ist doch beide so weißt du was sollst du machen Aber hattest du ein bisschen los Ist doch ein Inventar Ja natürlich Jede Menge Hier ist keiner Hä natürlich 57 Stück hatte ich Junge Ahja ja 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 kannst du mich jetzt mal porten Junge Was ist los Ich werde dich auch noch zu kämpfen mit den Dingern hier Bruder Ähm Müssen wir mal kurz weg Was ist schief bei dir? Nice Liegt mein Kram noch hier rum oder? Ah ok Ähm Das ist jetzt ganz kritisch Das ist ganz kritisch Das ist wirklich wirklich kritisch Was denn? Hast du meine Glowsons und so eingesammelt? Ja Hast du mein Deer Schwert? Ja Leg dir alle Perfekt Ja ok wunderbar Ja perfekt Hier da Da hinten sind zwei Jutes Oh mein Gott Du bist tot Nein Ich auch Nein Okay ich muss ganz kurz meinen Kram hier sortieren Dann bin ich gleich am Start Die Blazewort hast du ja? Nicht dass die despawned sind? Ok perfekt Ich habe 14 Ja das sollte hinkommen Ähm Hast du zufälligerweise Holz dabei? Man Wie hat der mich hier? Das nehme ich dann als Nein Ehm Ja Ja nein Schadet Ich habe nämlich kaum noch Rüstung Noem Nein sorry Ja ok dann habe ich nem Problem Wooooou Yohoow or Schau Du bist tot? Nein aber hast du Fleisch be склад ich mein Fleisch Beungen mal sowas zu essen Ich habe mir sowas zu essen Perfekt danke Dude what the shit Aber sind die interesting fürakko? Keine Ahnung momento Die finden das nicht so geil wie die Farmen glaub ich Scheinbar Kann ich gar nicht nachvollziehen Ist echt ein bisschen unentspannt Egal ich Holy Shit Holy Shit Wir machen insane damage wenn man bei dem drin ist Ja Ich sag ja ich stand mittendrinne Ich mach den taktischen Bow Spammer Den taktischen Bow Spammer Apropos Bow du hast meinen Bogen Was jetzt ein bisschen belastet ist weil ich dachte ich wollte damit gerade auf den Blaze schießen Aber hey damit nicht Ich hab auch ne Blaze Rod Stark Learn to aim Blaze Ich hab 15 Stück nochmal Nice dann haben wir auf jeden Fall 16 Digga ich hatte 16 Jawohl nice Ok 12 Prozent kannst du Neterwarzen holen Was wollen wir mit Neterwarzen Da können wir ja sterre Tränke mitmachen Aha ok Ja keine Ahnung wo wachsen die Dinger Ach da waren doch vorhin irgendwo welche Ja der links ja Ja toll ich hab keine Ahnung wo das war Oh nein jetzt sind schon immer ne ganzen 30.000 Level weg so von wegen dann scharnten Alter Ja die hab ich mir jetzt gegönnt Ja Ja Vergiss es wenn man stirbt bleibt nahezu nichts übrig du hast vielleicht drei vier Level bekommen Ja sehr wahrscheinlich Egal die drei vier Level haben wir begonnen Das ist halt echt sad eigentlich so weißt ich hatte so wie 37 oder sowas und davon bleibt halt nichts übrig wenn man stirbt das ist schon ein bisschen lächerlich eigentlich Maybe Maybe Ich mein so items bleibt alles übrig Level 0 So hä Äh I don't know Weil du dann sehr wahrscheinlich zu blöd warst zum Leben Das ist mein Maul Digger Holy shit Wer steht da mit full dia mittendrin und hat schon einen Struggle Ich stehe da mit ein bisschen Eisenbill und hat den weggeparen Ich hab halt diesen Grundstruggle wegen Speedruns Jaja 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 Ja ich find die näher war es nicht mehr ich hab keine Ahnung wo die waren Ähm die sind eigentlich überall an der Festung verteilt Null Ja ich durchlaufe grad die Festung aber ich find die nicht Also ich find gerade keine halt Wer da ist Sack esse Ich hab auch nur noch 5 Fleisch also vielleicht find's kritisch Mr.Pritisch sogar Äh ne Auch überhaupt nicht Okay jetzt bin ich irgendwo im Nirgendwo gelandet gerade Das ist auch nicht so geil Hm fuck die Was die Blazes sich denken müssen wenn sie äh geboren werden einfach so Und nur so ein Typ mit so viel Instant abgeschlachtet alter Instant abgeschlachtet alter Oh man What the fuck Ähm ja gut actually sollten wir wahrscheinlich auch bald mal wieder nach Hause gehen Weil Ja gleich ich hätt gerne noch 20 Ich hätt gerne 20 Blazerots dann haben wir Weil der fucking Part ist einfach 43 Minuten lang aktuell Ich mein ich werd da viel rausschneiden aber Ah ich hör dich Wo bist denn du Ja ab 20 Abfahrt Okay hier vorne ist auch noch eine Blaze Aber scheiß drauf wo er Ich hab keine Ahnung wo du bist Ich hab auch keine Ahnung wo die Hinterwarzen sind Ah doch okay hier bist du Ne hier ist der Spawner Wo bist du Ja ich komm Moin Ah da bist du okay perfekt Ja ich hab keine Ahnung wo die Warzen sind Also da in die Richtung hab ich sie nicht gefunden jedenfalls Man die kenn ich noch Ja okay Da ist ne Fackel von da kamen wir perfekt Richtig ich wollte abchecken was hier unten ist Wo wir sind jetzt langer laufen Äh da wo wir her kamen Ja pfff ich weiß nicht Ja hier wo die Fackel ist Die andere Richtung halt wo bist du lang Ja genau Ja Hier von hier kamen wir Hast du die Truhe da unten schon? Ja Ne Wir halten die Nitterwarzen Nitterwarzen passt doch So vielleicht lass mal aufs erste Und lass da mal hoch gehen Warte was ist mit der Truhe hier hinten? Ne hast du nicht Golden Horse Arm was da drinnen Jaa Wahrscheinlich in dir die mit Ja natürlich nehm ich die mit Soll ich sie nicht mitnehmen du da Ja okay dann Junge Junge auf mir meine Spitzsacke zu laufen Was ist das? Lass mal da hoch Ich hab keine Blöcke by the way Warum hast du keine Blöcke? Warum hast du keine Blöcke? Weil ich ja alle verbaut hab Wie kann man Meter keine Blöcke haben? Ähm Ja okay Wie ruf ich den Chat auf? Mit T Oh fuck Hä? Ich seh nicht mehr den Die Nachricht von dir Wo das Portal ist Siehst du die noch? Ähm Ähm What the fuck? Warum ist die weg? Ähm Weil wir beide aus dem Game gegangen sind Ja Warte Nein, nein, nein Stopp! Warte Äh Okay warte, 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 warte Ich geb dir den Scheiß der auf jeden Fall wichtig ist Ja okay gut Und dann merken wir daran wie viel aussortiert werden kann Junge Warum die zwei Eisenschwerder? Tschüss das ist tot Junge weil das ist Ey bist du behindert? Ich hab's weggeschmissen Es gibt solche Schmutz Dummes Kind alter Da die Nitterwarzen Mein Fässer Junge hör auf den Glowstone wegzuschmeißen Was? Seriously Junge nimm das mit Da das Scheiß Schild kannst du wegschmeißen Da noch ein Stück Kohle nimm das auch mit Junge das ist Junge das ist Oh mein Gott Was? Wir sind so dumm Ja du bist dumm Ahaha Ja lol Das war eine DQ-Taktik Warum hab ich Eisbucket-Challenge gemacht? Was ist das überhaupt? I don't know Achso äh Digga Warum kannst du auch mit meinen Glowstones ein Portal zu bauen alter? Ja dann gib mir meinen Scheiß wieder her Bis gleich Digga und ich hab halt genau ein Feuerzeug drin Ey ich bin OP Als ob Ah warte mal Junge Ich bin fast tot Lass die Scheiße Nein 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 wir sind jetzt nicht bei dem Portal Nein Wir sind jetzt nicht Was? So fick sind wir Wir sind hinten auf dem fucking Hotel Was? Boah Loll Digga das hatte ich auch noch nie Das Portal hat uns richtig gefistet Holy Shit Das Portal hat uns richtig gefistet Holy Shit Holy Shit Ja äh Ja Holy Shit Das Portal hat uns richtig ordentlich gefistet Leute Wtf Ja was machen wir jetzt? Jetzt frag ich mich grad auch Ja Ich würd eigentlich Actually am Wasser einfach gucken in irgendeine Richtung Schwimmen wo uns das bekannt vorkommt Soweit können wir doch eigentlich nicht weg sein oder? Achso ja stimmt richtig Ähm Da nimm die 30 Glowstones mit alter ich schwör auf alles Ciao alter Wieder alle Level weg ey ey Oh danke Ja komm rüber Du bist so dumm was tust du? Oh Junge Hä? Warum bin ich wieder mit Leta gespawnt? Hä? Ok jetzt bin ich in der normalen Welt der Sporte Warte Das Ding ist jetzt Wo kommen wir jetzt zum Fick raus Warte mal gib mal meinen Scheiß wieder her Ey das meint ihr Nein ey Jo Da Junge Ich bin schon wieder fast tot alter Haha Junge Chill mal nach der Base Das da das da das da das da Glowstone Ja man Ähm Da kanns vielleicht auch was mit anfangen Ja Ja Keine Ahnung Okay Ja nice Oh Ist doch ein behindertes Digga was ist eigentlich dein Scheiß Problem alter Leute mit so einem Scheiß muss ich mich hier rumschlagen ernsthaft Was ist das? Mit so einem Fütten muss ich mich hier rumschlagen Wenn wir jetzt Ja Im normalen Portal wie immer halt Im selben Portal wie immer Hä? Was willst du denn jetzt? Was machst du gerade? Ich mache kaputt Ja das glaube ich sofort Oh wir haben mein Eisenschwert weggeschmissen hat der Bastard Jetzt muss ich mir ein neues bauen Ich hab noch eins Neues bauen? Holy shit Mach doch hier mal ein Diaschwert Ich hab ein Diaschwert aber ich benutze es halt nicht für jeden Scheiß So wie du Was machst du hier die ganze Zeit? Du portest dich die ganze Zeit hin und her Wow Jetzt sind wir genau Leck mich am Arsch Ja natürlich sind wir bei dem Portal Ist doch klar Hä? Die sind ganz normal verbunden So wie vorher auch Nice Der Ehrenmann hat den Gas Ja getrennt Ja was machst du denn jetzt schon wieder? Hä? Ich verstehe es nicht Gas getötet Ja ich hab gedacht wir kommen bei dem Portal raus Nein wir sind bei dem ganz normalen Portal wie immer Junge 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 Ja gut Leute ähm Belastende Folge alles in allem Kann man super summarum so festhalten Ich würde mal What the fuck alter Verpiss dich wieder in deinen Neta zurück Junge Okay Ähm ich würde actually sagen Wir beenden den Part an dieser Stelle Ähm schalten wir beim nächsten Mal wieder ein Ich hab noch keine Ahnung was wir beim nächsten Mal machen Vielleicht bauen wir das Feld weiter Was ist dein Problem Junge? Ich hab keine Pfeile mehr dir ist dual Ja Leute also Bis zum nächsten Part Bis dann und ciao Bis zum nächsten Mal Schindel Nie Nicht geller